Unter Zeitdruck Große Eile mit vollem Darm Weil im Bad die Handwerker arbeiten, ist das Wasser abgestellt. So muss Jette auch dann noch nötig zum Klo, als sie von ihrem Mann zu einem wichtigen Termin abgeholt wird. Unterwegs steigt der Druck im Darm so mächtig an, dass das Einhalten ihres heftig drängenden Stuhlgangs zu einer quälenden Zerreißprobe wird. Diese und noch viele lustvolle Geschichten mehr findest du